es ist nicht so wichtig und so alles drum und dran dann schauen wir gleich mal die Nähmission haben wir ja noch, die zwei Nähmission ok, die eine ist eh so eine fixe Aufgabe und die ist da eh in der Nähe, dann würde ich sagen Schnellreise auf alle Fälle weil, ja Leute, das ist nicht gerade ums Eck von der einen, von dem anderen Ende und so alles drum und dran jetzt brauchen wir ein bisschen schnell öfters Tipp Schnellreise Du Jöxler, da musst du ein bissel Let's Play noch nicht davorstehen Schnellreise da aktivieren und so alles drum und dran Weißt du was ich sag dir zu? Schreib's dir mal in die Kommis dann wirst du's erfahren Es wird eh nix passieren Ich schreib einfach nicht zurück Das ist das einzige was passieren wird So Bro Dann einmal auf mit den Ohrens Ab dafür Ok Also ich hab mir jetzt, ich hab mir so vorgenommen für die Let's Plays dass ich wirklich schauen werd und hoffe auch natürlich dass wir so weit quasi kommen Das Genau Das ich quasi Ich hoff's jedenfalls ich werd's sicher nicht schaffen aber so ungefähr dass wir jede Woche einen neuen Bereich fertig kriege oder so Das wird's ihr natürlich anders die Folgen kriegen und so alles drum und dran die Schlöcher hätten nie gedacht dass sie Scharfschützen und USB-Vs ausweichen müssen Karma kann so scheiße sein Hm Karma Warte war das bei uns oder ist das draußen ist ja bei uns wieso ist das ein i Viel Informationen Politiker Sympathisanten der Rebellen Jeder der dem Kartell das Leben schwer macht Jeder der nicht zum Kartell gehört Wir reden hier über hunderte von Menschen die spurlos verschwunden sind Santa Blanca steckt eindeutig dahinter aber es wurden nie Leichen gefunden Sind wir heraus was ihnen geschehen ist? Die Familien brauchen einen Anteilspunkt und dann machen sie dem Scheiß ein Ende Verstanden So jetzt werde ich da mal ganz kurz aussteigen Weil wir ein Fahrzeug brauchen Am besten eins wie die Weil wie ich das in der Beta gemacht hab hat's mich jedes Mal rausgehaut im Kampf gefallen und so und den Scheiß brauchen wir jetzt nicht extra noch alles laden und so Scheiß drauf Wir holen uns das einfach Ähm, Dankeschön Ich weiß nicht wieso ich dann quasi Musik abgestellt habe und so aber Na gut, Dankeschön Angriff! Geht schon! Geht schon, geht schon, geht schon Was los, was los, was los Ich hoffe nur nicht, dass die dann mein machen oder so So, genau Ne, 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 ne Wir Wir brauchen den anderen So, genau Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Kann ich nicht irgendwie abschießen oder so? Yes Kurz Ja, genau, genau So ist perfekt Es raucht schon ein bisschen Aber na gut Hauptsache, sie machen nicht den Konvoi, Meier So Ja, genau Hauptsache, sie machen nicht den Konvoi, Meier Das ist gut So, genau Genau, genau, wenn wir so fahren Dann Und Und Und, 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 und Oh, oh Oh, oh Oh, oh Lauf, 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 lauf. Na, kaput, alter. Oh, shit, alter. Alles explodiert. Sippi. Ja, jetzt brauchen wir noch eine Möglichkeit, damit wir das allen holen können. Das Fahrzeug. Ja, dann müssen wir ein bisschen laufen. Lauf einfach mal so ein bisschen hinterher. Oder können wir dann noch eins kriegen? Einbruch. Oh, nicht doch. Komm schon. Ich hab' mir gedacht, ich hab' das kurz stehen geblieben oder so. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Fahrzeugabwurf! Zack! Komm schon, komm schon, komm! Yes! Und Vollgas! Aber haltet gar nicht so viel aus, also da muss man schon schauen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Ressistenz kriegt oder so. Ach, die Musik! Mist! So, oh Mann, halt! Ja, fahr runter, fahr einfach runter! So, wir müssen ja eh nicht schauen, dass wir den einholen. Na, überhaupt nicht! Na, geh, komm! Wer will den schon einholen? Ui! Ist der grad stehen geblieben oder wie? Den überholen wir ein bisschen. Sehr schnell! Fahrt der überhaupt? Oder hat der sich irgendwo eingeparkt? Oder fahren wir ein Rasenwehr einfach so schnell oder? Ist der quasi die Gegner neu, halt die... seine Kollegen da quasi neu gespawnt oder so? Ich glaub' nicht. Ich glaub' nicht, dass die neu gespawnt sind. Und zack! Yes! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ich... Ja, Mann! Naja! Wann schon irgendwie schauen, dass... den... ...mei machen! Ja, das ist halt... Oh shit! Ja, nicht den Konvoi! Wann, wir müssen immer den Konvoi reinmachen, das ist, ja, ich schieße einfach da durch, genau, dass uns für nächstes nichts platziert, so, und abhoch, 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 so, wir müssen schauen, dass wir da irgendwie, so, zack, es, bleib stehen, Avaro, bleib stehen, so, Mist, wisst's was, wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich vor ihm kommen, aussteigen, und dann, dass wir den Meier machen, das Problem ist, ja, jetzt wissen wir nicht, wo er abbiegt, na, ich seh nur gerade aus, ich hoffe's mal zumindest, so, ich steigte jetzt einfach aus, so, genau, Oh shit, und, yes, 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 oh, auf alle Fälle, komm schon, oh nein, es raucht, na, alter, na, das brauchen wir auf alle Fälle nicht, jetzt raucht's auch noch, ja, jetzt können wir es erst recht vergessen, jetzt können wir es erst recht vergessen, so, Helfen wir ihm sein Leben zu bereuen, dann kann ich es nicht. Niemand sah alles aufgeschüttet, schüchtern, ha, ja, schön, dass das jetzt da, jetzt da auch noch dazu kommt, dann sei, aber, ist jetzt, mehr ehrlich gesagt, so scheißegal, so scheißegal, ha, ich hätte nur gern die Neemission geschafft. Mann, neuer da, das ist, heftig, aber, markieren Sie den Konvoi. Ja, ich markiere den dann. Ach so, shit. Ha, 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 ne, ja, immerhin, immerhin. Nein, böse Helikopter, böse, ganz böse. Yes, 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 yes. Ganz böse Helikopter, kann den irgendwie irgendwie mehr machen, so. Kann ich den, kann ich den Juh pong haben oder so? Yes. Das Schmack hat sich ganz stor, wenn wir einen Nur wir müssen schauen, dass wir genau hinter das Auto kommen, damit wir den dann in den Meier machen können. Auf ganz easy. Aber wenn wir da ein bissel drauf pötzen, dann geht es auch in den Meier. Wo würde ich dir gehen? Ja, genau, genau, genau. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch anvisieren und tschüss, Baba. Komm, mach. Angehörige Hilfe. Haha. Ja, dann würde ich sagen, kann wohl... Ach so. Kann sein, dass wir einfach nur zerstören müssen und... Dann haben wir es auch schon so geschafft. Anscheinend, anscheinend. Beim nächsten Mal müssen wir es dann wieder ausprobieren. Aber anscheinend geht es auch so. Na, das ist nice. Nice, das ist das nice. Okay, also... Das hat einen kleinen Turbo hergelegt, ne, oder? Das ist sehr geil, das ist wie bei Need for Speed. Der hat das. Wahnsinn, oder? Gib ordentlich Gas, das kleine Scheißerl. Wahnsinn. Oh, jetzt müssen wir halt schauen, dass wir da irgendwie überkommen. Ah, da haben wir schon die Brücke. Was war los? Ach, wissen Sie, war es schon gut. Moment. Ah, ist schon gut. Yes. Wir machen hier unseren Job, Geschissene. Ah, wir können da nicht drauf. Das rechnet mit dem Auto. Mit dem Auto wird es ein bisschen schwer sein, aber... Wir fahren da mal auf Maler entlang, so wie es sein soll. Oh, 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 oh. Nein. Nein, 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 nicht ins Wasser. Bitte nicht ins Wasser. Wir haben ihn. Ja, halt die Pappen. Ist besser. Sonst kommen wir noch vorbei und erschießen wir die. Wird sicher irgendwas auch noch geben. Irgendeine Mission! Lassen wir eine Radiostation um. Ping! Von in die Fresse auch noch am Start. War ja eh irgendwas einmal ganz kurz. Das kommt eh sicher. Hoppala. Ich find die Straßen so geil. Irgendwie sind ja auch komplett was anderes, aber so dieses Durchrasen und so, das ist enge, find ich so super. Ja, der steht auf eng, der Hapschi. Ah Wahnsinn. Und hup, hup. Kann man wieder rutschen, rutschen, rutschen. Ja, nice. Und kann man... Oh, komm mal da. Ernsthaft, bei dem bleibt er stecken. Bei jedem anderen Scheiß kann er aufgefahren. Sonst, okay, doch nicht. Nein, 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 nein. Fick dich. Fick dich. Komm schon. Auf. Ernsthaft. Mit dem Rückwärtsgang. Mit dem Rückwärtsgang geht's aber. Mit dem vorn, da... Da geht's einfach nicht. Da will er nicht. So, ein kleiner Wichser. Der steht auf hinten. Ich mag's gern. Okay, jetzt ist es nur noch ein komisches Rasen. Okay, doch, okay. Wie wollen wir da jetzt raufkommen? Oh. Ein ganzer schmales Wegerl. Na dann schon mal gleich kommen wir vorbei. Okay, da haben wir schon mal die Feinde und so. Also, oh, ich will aussteigen, nicht nach hinten. Vollgas. Und geht schon. Und alle mehr. Und gleich Drohne, außer dann, wenn wir gleich in der Nähe sind. Hier drüben ist der Nacken. Ja, ja, ja. Das hier wieder, dieses kleine Blatzel da. Wo sie alle ficken. Zack, 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 zack. Oh ja, und aufhören mit dem Teil. Die Drohne fliegt. So, zack. Und... Da sollte er dann auch noch einer sein. Da ist er noch. Und... Weiß nicht, ob das andere sein soll, aber... Da ist er jetzt. Juppie. Einmal. Zweimal. Zweimal. Dreimal. Und da haben wir ja den Rest. So, genau. Tun wir gleich mal wechseln. Ich weiß. Wechseln sagt man ja nicht, aber... Na gut. Und tschüss. Haha. Und alle gefickt und wir können schon reinsteigen. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir da eigentlich alle vier reinsteigen können, aber ich glaub schon. Ich glaub da können schon alle. Oder? Eins. Zwei. Und drei. Alle nach hinten. Uuuuuh. Alle nach hinten. Und aufhören. Yes. Kleine nette Drehung und so. Das muss natürlich sein. Du. Müssen wir jetzt schauen, wie wir da jetzt danach am besten... Ja. Aufhören. Das wird perfekt. Rauf ist schon mal gut. Rauf ist mal kein Fehler. Rauf ist mal kein Fehler. Ja. 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 Zum Glück. Seht die Bäume. Durch. Man kann einfach durch die Bäume, also. Das ist wenigstens ein krasser Vorteil im Spiel. Zum Glück nicht realistisch. Scheiße, schrott! Geh euch nach! Voll das machen wir, voll das machen wir. Wir fahren, wir fliegen mit dem Helikopter hin und dann mit einem Fallschirm und dann zack, 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 sind eh noch fünf Juxeln am Start. Da geht das schon. Da machen wir uns ja alle fertig hier da. Und dann geht's schon, und Vollgas. Ich hoffe nur, dass das dann wieder angezeigt wird. Dass man dann fliegen kann schon. Mit dem ich hoff's zumindest. Und... Ähm... Okay, neuer Nebeneinsatz. Alles klar. Alles klar, alles klar. Achso, kann auch sein, dass es einfach nur so ein Nebeneinsatz ist. Weil... Es ist ja nicht jetzt einer der... Wo es heißt, ja, du musst jetzt diesen Nebeneinsatz machen oder so. Einfach nur, damit du jetzt auch gerade mehr Punkte kriegst. Aber ich werde jetzt nur das machen. Dann können wir ja noch immer das andere machen. Es ist ja quasi auch nur für Punkte und so. Natürlich, am besten wäre es natürlich, wenn wir vielleicht ein bisschen weiter rauf fliegen würden. Weil dann hätte es das vielleicht ein bisschen weniger cooleren Auftritt. So, genau. Und... Außer mit uns. Falschirmsprung. Nice. Haha. Wuhu. Und... Falschir. Yes. Von da können wir nicht schießen? Ne. Schießen können wir nicht. Aber wir müssen eh schauen, dass wir runterkommen. Yes. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hoffentlich wird das gut gehen. So, und wieder rauf mit uns. Los, 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 los. Nein, 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 nein. Dieses Mal nicht. Ich werde es nicht so schwere Belastung deshalb. Natürlich, glaube ich, mal eine Drehung, weil wir es können natürlich. Weil wir vielleicht natürlich auch noch weitergehen und so. Ja, 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 so ist gut, so ist gut. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir raufkommen. Nur rauf, nur rauf, 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 rauf. Und so schnell wie möglich. Nicht, dass der aber auch noch abstürzt und so. Wenn wir zu... Ja, ich habe Angst. Ja, ich habe Angst. Ja, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Yes, yes, yes. Nur macht es die Musik nicht gerade ein bisschen einfacher? So, danke. Das war jetzt Chaos. Oh, 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 oh. Bitte nicht öfters die Mission, danke schön. Okay, da haben wir schon. Oh, da müssen wir gleich mal ein bisschen langsamer fliegen. Yes. Yes, 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 yes. So, genau. So, genau, und... Und... Oh, aber schön, wirklich schön, das muss man sagen. Richtig schön, top. Die Rebellen werden froh über diese Ladung sein. So. Wo das Flugzeug ist, sagen wir Ihnen später. Ja, nächster Nehmensatz. Abgeschlossen, perfekt. So. So.